Herzlich willkommen auf Gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anbindung von LaFilm vorstellen. Ich denke die Internetseite oder diesen Dienst kennen viele von euch, gehört zu Amazon und damit kann man sich ganz einfach DVDs, Blu-rays oder auch Fernsehserien ganz einfach ausleihen und auch zu relativ interessanten Konditionen. Und in der mobilen Anbindung ist das Ganze natürlich auch möglich. Es gibt hier ein paar Sonderkategorien wie zum Beispiel Neuerscheinungen oder auch Topfilme oder auch man kann zum Beispiel mal schauen, was demnächst erscheint. Und ja, gehen wir einfach mal auf Neuerscheinungen. Das lädt hier ganz kurz nach und hier findet man jetzt einige. Man kann sich natürlich eins anklicken, man hat dann die Möglichkeit einen Trailer zu starten, man kann sich das Format anschauen, hier zum Beispiel Blu-ray und auch eine größere Beschreibung kann man ausklappen und es gibt auch die Möglichkeit das Ganze hinzuzufügen. Da muss man sich dann mit LaFilm autorisieren, man hat ja da seinen Account teilweise auch verknüpft mit Amazon, kommt drauf an. Das ist hier jedenfalls möglich, das war ihr aus Datenschutzgründen jedoch nicht, aber das wäre hier auf jeden Fall so der nächste Schritt. Das ist also ein ziemlich großer Bereich, ihr seht, hier kann man auch nach Genres, also es sind wirklich einige, vorgehen und dann dementsprechend die passenden Sachen finden. Oder man geht einfach in den Bereich Suche hier rein und sucht dann ganz gezielt nach einem bestimmten Film. Es gibt hier auch noch meine Listen, auf die kann man zurückgreifen, wenn man sich eingloggt. Das möchte ich jetzt hier aus Datenschutzgründen vermeiden, sonst könnt ihr das natürlich auch gerne mal machen. Und hier gibt es die Einstellungen, man kann hier zum Beispiel bei Suchoptionen einstellen, ob nur Blu-rays oder auch DVDs angezeigt werden sollen. Ich leih mir eigentlich immer nur Blu-rays aus. Und hier gibt es ein paar Infos über Laugh-Film. Laugh-Film beschert Ihnen großes Filmvergnügen per Video-on-Demand direkt auf Ihrem PC, Ihr internetfähiges Endgerät und auf DVD-Blu-ray-Verleih per Post direkt Ihrem Briefkasten. Circa 50.000 Titel auf DVD-Blu-ray warten auf Sie. Also ihr habt es gehört, Video-on-Demand und natürlich der Verleih per Post, mit dem ja dieses Projekt, mit dem diese Internetseite hier auch berühmt geworden ist. Insgesamt also eine recht coole Auswahl und auch eine recht gute Anwendung. Schaut am besten einfach mal vorbei. Es gibt zwischendurch mal Konditionen, dass die ersten Sachen, die ersten Tage oder Monate kostenfrei sind. Am besten schaut ihr einfach mal rein. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.